Wunderbar, hallo, wen habe ich dran? Hallo, guten Morgen Alex, hier ist Dorothea. Hallo Dorothea. Ja, ich hätte gern was über Christoph und mich gewusst. Was möchtest du genau wissen, Dorothea? Ja, wie es, ob es überhaupt mit uns eine Zukunft hat, wie es weitergeht. Ich investiere im Moment sehr, sehr viel. Langsam, langsam, weil das sind hier, du bist schon bei vier Fragen, ja? Ja. Du brauchst aber hier nicht zu hinterfragen, ja, weil ich habe diesen mal an deiner Seite. Ja, du hast ihn doch. Ja. Ich habe auch nicht irgendwie das erweicht. Nein. Nein, definitiv nicht. Okay, hilf mir weiter. Es sind immer Gedanken, die man sich macht und Ängste und Sorgen. Ja, nee, das sind keine Ängste, sondern du galoppierst immer gerne davon, ja, weil du immer zwei Sachen auf einmal denkst und damit irgendwie bringst du auch Sachen auch durcheinander, dann kann er dir nicht folgen. Dann geht es dann hier in der Verbalität. Er möchte dann immer dann etwas zurückholen. Du bist dann aber nicht unbedingt in dieser Geduld, verstehst du? Und dann bleibt es dann stehen. Ja gut, es ist seit drei Jahren ja schon, ja, wie soll man sagen, dieses Verhältnis hat im Verhältnis angefangen und ist mittlerweile geschieden, aber es ist immer noch, ja, so ein bisschen versteckt geheim. Das weiß keiner und das möchte ich dann sich schon ändern. Nein, dieser Mann ist an deiner Seite. Okay, gut. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Alles Liebe. Dir auch, danke. Tschüss.